Eine Flugzeugkatastrophe, die 52 Menschen das Leben kostete, überschattete alle anderen Ereignisse dieser Woche. In unmittelbarer Nähe von Oberrüsselbach bei Forchheim stürzte eine aus Prag kommende sowjetische Ilyushin ab, nachdem sich an Bord der Maschine eine Explosion ereignet hatte. Die wahre Ursache des Unglücks ist noch unbekannt. Sie wird von einer deutsch-tschechischen Expertengruppe untersucht. Den Feuerwehren und Rettungsdiensten blieb die traurige Aufgabe, aus den weit verstreuten Trümmern das zu bergen, was vor kurzem noch menschliches Leben war. Aber so erschütternd eine Flugzeugkatastrophe auch ist, weitaus mehr Menschen sterben immer noch den Tod auf der Straße. Eine Flugzeugkatastrophe, die 52 Menschen das Leben kostete, überschattete alle anderen Ereignisse dieser Woche. In unmittelbarer Nähe von Oberrüsselbach bei Forchheim stürzte eine aus Prag kommende sowjetische Ilyushin ab, nachdem sich an Bord der Maschine eine Explosion ereignet hatte. Die wahre Ursache des Unglücks ist noch unbekannt. Sie wird von einer deutsch-tschechischen Expertengruppe untersucht. Den Feuerwehren und Rettungsdiensten blieb die traurige Aufgabe, aus den weit verstreuten Trümmern das zu bergen, was vor kurzem noch menschliches Leben war. Aber so erschütternd eine Flugzeugkatastrophe auch ist, weitaus mehr Menschen sterben immer noch den Tod auf der Straße. Also, dieser Tod hat eine 00-und-und-und-und-und-und-und-und